Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei Kindersonnenbrillen. Das High-End-Produkt in unserem Kindersonnenbrilletest geht an die Alpina Kindersonnenbrille. Die FlexiCore Kids Eye ist die perfekte Brille für Kinder, die genauso cool aussehen möchten wie ihre Eltern. Kinder geben leider nicht immer ganz so viel Acht auf ihre Ausrüstung und bekommen alles kaputt bis auf die Flexi-Brillen von Alpina. Dank des flexiblen Rahmens ist die Kinderbrille unverwüstlich. Die verspiegelten Ceramisscheiben schützen dabei die Augen der Kinder kompromisslos. Die moderne Vollrahmenkonstruktion der FlexiCore Kids Eye hat ein breites Einsatzspektrum und kann durch die Kombination aus harter Fassung und weichen Bügelenden sowie Nasenparts beim Sport oder auch in der Freizeit getragen werden. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Uwex Kinder Sonnenbrille. Die Uwex Sportstyle 508 Sonnenbrille für Kinder bietet erstklassigen Blendschutz bei starker Sonneneinstrahlung. Die Sonnenbrille bietet 100% UV-Schutz und schützt die Augen so vor gefährlicher Sonnenstrahlung. Die modische Verspiegelung reflektiert infrarote Strahlung und hält sie so vom Auge fern. Das leichte Kunststoffgestell bietet einen hohen Tragekomfort und einen druckfreien Halt. Die sportlich-legere Kindersonnenbrille wird inklusive Brillenband geliefert. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kindersonnenbrille-Test ist die CG-ID Kindersonnenbrille. Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien, damit sie für alle Zwecke sicher sind. Safe Glass Lenses, die Linsentechnologie sorgt dafür, dass das Licht in ihren Augen noch sicherer und komfortabler wird. Schützt die Augenentwicklung von Kindern vor starken UV-Strahlen und schädlichen Strahlen der Sommersonne. Das weiche und glattkantige Design sorgt dafür, dass sich die Eltern keine Sorgen um die Selbstverletzung und Sicherheit ihrer Kinder machen. Die großartigen Stile und die Vielfalt der Farben regen die Fantasie der Kinder an und bereiten sie viel besser auf die Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten vor. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.